Ja und somit ein recht herzliches Willkommen zu VRC7, angepasste Meisterschaft mit unserem Toyota Yaris. Vorsichtlich jetzt letzter Part, die WP5 und die PS hier noch in Wales müssen wir noch fahren. Und dann hätten wir das hier mal erledigt. Ich bedanke mich gleich einmal im Vorhinein bei allen, die es bis hierher bei mir geschafft haben. Und sich das Ganze hier reingezogen haben bis hier hin. Riesen Danke mal an alle. Freut mich riesig. Ja und schauen wir ob wir dann demnächst, keine Ahnung, vielleicht doch die Karriere mal weiterfahren oder so. Muss ich mir noch überlegen. Okay er stellt sich schon wieder so komisch hin. Moment. Ja gut das geht. Wenn man es weiß geht es ja. Man stört die Maus. Ich glaube das sieht es auch oder? Die muss ein bisschen weg tun. Das ist witziger was an bei dem Spiel. Und zum Abschluss dürfen wir hier noch einmal. Und Spitzrecht. Wir auf der Klistenstraße fahren die uns bei der ersten Etappe so gut gefallen hat. Also wo ist wir? Ja und mir. Nicht schneiden. Knoten 100. Boah hat es genau das wie sehr. Links 4 kurz und rechts 4 beengt sich. Links 4 kurz beengt sich. Und links 4. Da gehe ich den ja schon mal auf Fies auf. Überkuppe beengt sich 5 kurz in links 3 lang. Rechts 4 beengt sich in links 5 nicht schneiden. Und rechts 3 kurz beengt sich in links 3 kurz öffnet sich. Und rechts 3 innen halten. In links 3 beengt sich nicht schneiden. Und rechts 4 beengt sich in links 4 beengt sich in links 3 kurz öffnet sich. Innen halten. Und links 3 in rechts 3 beengt sich. In links 4 lang in Spitzrecht überkuppe 40. Rechts 4 beengt sich. Und links 3 öffnet sich. Innen halten. Und rechts 5. Und rechts 5 kurz in links 5 beengt sich 4 nicht schneiden. In rechts 5 lang beengt sich 3. Und links 4 lang öffnet sich. In rechts 3 40. Rechts 4 kurz in links 5 beengt sich 4. Sehr lang innen halten. 40. Geil. Geiler Abflug zum Schluss oder? Komplett zerlegt. Ja wir haben es probiert ein bisschen schneller. Rechts 3 kurz. Steine außen und links 5 nicht schneiden. In Knoten. 150. Rechts 5 40. Achtung. Rechts 4 kurz beengt sich in links 5 30. Wir haben es zum Schluss den Jahresnormer komplett zerstört im Prinzip. Und Achtung. Bremse. Rechts 3 kurz in links 3 kurz. Spitz rechts beengt sich 5 30. Stoßstange linken lassen. Links 4 kurz in rechts 5. Und links 5 kurz beengt sich 3 30. Links 5 beengt sich 50. Spitz rechts in geschafft. Schade. Ich würde mal ziemlich knapp vor dem Ziel. War das? Ah schade. Ja. Da wären wir sogar fast an Latwoller dran gewesen. Also mit der Strafe. Mit dem Überschlag. Traue mich zu sagen. Da wären wir unter 10 gewesen. Und in der Nähe von Latwoller glaube ich. Naja. Schade. Wir fahren es nicht noch einmal. Wir fahren die letzte. Die PS hier. 6 Kilometer knapp. Gut. Von der Zeit her wäre es ausgegangen. Muss man sagen. 30. Rechts 3. Ich wollte dass er stehen bleibt. Sorry. 30. Rechts 3. Und links 5. Lang. Mitig halten. Übersprung. 60. Links 4. Über Kuppe. Sprung. Und rechts 4. Nicht schneiden. Den Spitz links. Lang. Über Kuppe. Rechts 4. Innen halten. Und links 5. Kurz. Übersprung. Und Bremse. Links 3. Jetzt müssen wir uns da ein bisschen auf den anderen Boden wieder jetzt einschießen. Und spitz rechts. 40. Boah. Ist ganz ein bisschen geschmeidiger fahren jetzt hier. Achtung. Links 3. Kurz. Rechts 4. Nicht schneiden. Mittig halten. Und Verengung. Über Kuppe. Sprung. 50. Rechts 4. Bodenwellen. In links 5. Rechts 4. Sehr lang. Öffnet sich. Verengung. Durch Tor. Und rechts 5. Kurz. Über Kuppe. In links 4. Kurz. Und links 4. Sehr lang. Nicht schneiden. Ich sehe jetzt, wie es da immer wieder versetzt. Und wenn wir richtig am Limit sind, dann zerlegt es uns wieder gröber. Nicht schneiden. Also können wir eigentlich nicht wirklich schneller fahren. Rechts 5. Über Bodenwelle. Innen halten. Links 4. Offener Nadel rechts. Und links 3. Sehr lang. Über Kuppe. Verengt sich 2. Rechts 5. Verengt sich 3. Nicht schneiden. Mit nicht halten. Links 3. Über Kuppe. Öffnet sich. 30. Rechts 5. Bodenwelle. Und links 5. Verengt sich. Durch Tor. Und rechts 5. Hängt nach außen. Über Bodenwelle. 30. Und Achtung. Sprung. In links 4. Bodenwelle. Über Kuppe. Und links 5. Öffnet sich. Rechts 4. Nicht schneiden. 40. Rechts 5. Innen halten. Übersprung. 30. Und links 4. 30. Links 3. Sehr lang. Öffnet sich. Über Bodenwelle. In Achtung. Bremse. Haarnadel rechts. 30. Und rechts 4. Nicht schneiden. 50. Links 6. Lang. Beengt sich. In Kuppe. Und links 5. Sehr lang. Bodenwelle. Beengt sich. 3. 30. Geh schon weg von der Mauer. Rechts 4. Über Kuppe. 40. Achtung. Links 4. Über Kuppe. Bodenwelle. Beengt sich. Und Sprung. 30. Spitzrecht. 40. Spitzrecht. Das ist keine Stadion durch hier. Links 5. Kurz. In rechts 3. Über Kuppe. Öffnet sich. Sehr lang. 40. Rechts 5. Sehr lang. Links 4. Hängt nach außen. In Bodenwelle. Und rechts 4. Und rechts 4. Lang. Über Kuppe. Öffnet sich. 70. Rechts 5. Bodenwelle. In. Geschaff. Schaff. Schaff. Boah. Ich bin wenigstens ohne Fehler. Oder ohne Strafe. 15. Ah. Schade. Nein. Ach. Hat er Fehler vorher. Schaut's wie knapp. P4 verpasst. Naja. Hätte uns auch nicht mehr wirklich viel weitergebracht. Jetzt. Insgesamt 6. Da muss man zufrieden sein. Latvala. Unser Teamkollege da auf der 4. Hat da bessere Leistungen gebracht natürlich. Hat auch immer fleißig bei den Sonderpunkten. Naja. Nicht immer. Dreimal hat er ausgelassen. Viermal hat er gepunktet. Bei den Special Prüfungen. Ah. Haha. Äh. Sorry. Ich dachte es ist das letzte. Es kommt ja noch. Neuseeland anscheinend. Okay. Nein Fehler. Aber voriges Jahr war, wo ist es glaube ich das letzte. Bild ich mein. Na gut. Dann haben wir noch. Wow. Sagen wir drei Barts. Puh. 13,12 Kilometer Asphalt. Ähm. In. Walla. Na gut. Ich dachte es ist schon aus. Es geht aber noch weiter in Neuseeland. Ja gut. Gut vorbereitet Bernie. Sehr schön. Australien. Nicht Neuseeland. Was red ich denn. Nächster Fehler. Australien Rallye ist es glaube ich. Na gut. Los geht's Freunde. Los geht's. 30 Kilometer. Könnt ihr euch noch ein bisschen was auf mit den Jahres freuen natürlich. Rechts 5. Kurz. Links 4. Und Achtung. Rechts 4. Öffnet sich. Weg nach außen. Land. Dann wird das doch noch ein bisschen verlängert. Und ich muss meine Schlussworte. Und rechts 5. Für ENT aus drei Ländern aufbehalten. Für. Ja in drei Barts ungefähr wahrscheinlich. In Kuppe. 30. Achtung. Vollbremsung. Links abbiegen. In Kloten. In links 3. 50. 30. 50. Hm. Wieso kriegen wir da 9 Sekunden Freunde. Rechts 5. Kurz. Links 4. Und Achtung. Rechts 4. Öffnet sich. Hängt nach außen. Ohne Reden. Spitz links. Über Kuppe. 40. Links 3. Innen halten. Und rechts 5. Und rechts 4. In Kuppe. 30. Achtung. Vollbremsung. Links abbiegen. In Kloten. Jetzt geht es nicht mehr in den Busch. 50. 30. Rechts 3. Sehr lang. Öffnet sich. Und links 5. Über Kuppe. Rechts 4. Bodenwell. Rechts 4. Kurz. In links 3. Kurz. Nicht schneiden. 60. Spitz links. Rechts 4. Öffnet sich. Bodenwell. Und rechte Schikane. Und spitz links. Über Kuppe. In rechts 5. In links 5. Rechts 4. Lang. In Knoten. Und rechts 2. Lang. Über Kuppe. Und links abbiegen. Rechts 4. Beengt sich. 30. Rechts 4. 40. Nein. Rechts 4. Wieder runterkurscht. Ich verstehe es nicht. Achtung. Dann war er eh so vorsichtig. In links 2. Kurz. Und rechts 3. Und rechts 4. Beengt sich. In links 3. Öffnet sich. Schotter. Naja. Noch immer zu schnell unterwegs zu bestellen. Rechts 4. Und links 3. Öffnet sich. In offener Hallenadel rechts. Achtung. Rechts 5. Vollbremsung. Links 4. In rechts abbiegen. Öffnet sich. Links 3. Öffnet sich. In spitz rechts. 50. Rechts 5. In links 5. Übersprung. 50. Links 5. 120. Links 6. 30. Spitz rechts. Über Kuppe. Über Kuppe. Rechts 3. Über Kuppe. Und spitz links. Und spitz rechts. In links 4. In Knoten. Über Kuppe. In links 4. Und rechts 4. Über Kuppe. 100. Rechts 5. Und links 4. Über Kuppe. öffnet sich. Und beendet sich. 3. 3. Auf der Kuppe. Jetzt geht es. Gehen wir wieder nach. Und verengt sich. In links 3. Öffnet sich. In rechts 5. 50. Links 5. Und rechts 5. In Knoten. 40. Rechts 5 und links 5. Innen halten. 30. Links 5. Nicht schneiden. 30. Rechts 3. Lang. Odenwellen. In links 3. 40. Bremse. Rechts 3. Öffnet sich. Links 5. Kurz. In rechts 3. Öffnet sich. In links 5. 30. Links 5. 30. Rechts 4. Lang. Über Kuppe. Verengt sich. Und links 2. Lang. Verengt sich. 40. Rechts 4. Über Bodenwelle. Öffnet sich. Achtung. Vollbremsung. Fahrfahrer nach rechts. 60. Spitz links. In links 5. Kurz. Bodenwellen. In rechts 5. Und links 3. Lang. Öffnet sich. 30. Rechts 3. Lang. Außen halten. In Achtung. Glatt. Durch Wasser. Links 1. Boah. Rechts 3. Lang. Über Kuppe. Verengt sich. 40. Links 5. Beengt sich. 4. Nicht schneiden. Rechts 4. 100. Spitz links. In rechts 5. Lang. Beengt sich. Und links 3. Kurz. Nicht schneiden. 60. Links 5. Über Kuppe. 30. Rechts 5. Über Kuppe. In links 3. Sehr lang. Kuppe. In links 4. Rechts 4. Über Kuppe. Verengt sich. In links 5. 30. Kuppe. Bodenwelle. In links 5. Lang. In rechts 3. Und links 3. Öffnet sich. Rechts 5. Öffnet sich. Lang. Links 3. Sehr lang. Öffnet sich. Rechts 4. Und links 4. Und links 4. Lang. In rechts 5. Und links 5. Lang. Oh. Tolle linken. Ja. Der Belag hier. Links 4. Öffnet sich. Lang. Spitz rechts. Links 5. Über Bodenwelle. Achtung. Vollbremssung. Links abbiegen. 100. Links 3. Sehr lang. Öffnet sich. Und rechts 4. Sehr lang. Öffnet sich. Boah. Ein Schlag bekommen. Und links 5. Lang. 40. Und rechts 5. Sehr lang. Über Kuppe. Und spitz links. Und rechts 4. 50. Rechts 3. Lang. Und Achtung. Vollbremssung. Links 5. Über Kuppe. In rechts abbiegen. In spitz links. 40. Links 5. Innen halten. Beengt sich 4. In rechts 5. Und links 4. Beengt sich. Links abbiegen. 40. Verengung. Und spitz rechts. Über Brücke. Und links 3. Über Kuppe. 30. Rechts 5. Kurz. In links 5. Bodenwelle. Und links 5. In rechts 5. Sehr lang. Beengt sich 4. Über Brücke. Bodenwelle. Und links 3. Lang. Über Kuppe. Spitz links. In rechts 5. Über Kuppe. In links 5. 30. Rechts 5. In links 5. Lang. Beengt sich. Rechts 4. Lang. In links 4. Und rechts 4. Lang. Über Bodenwelle. Und links 3. Lang. Über Kuppe. Und rechts 5. Öffnet sich. Ach gut. Ich habe glaube ich einen kurzen Krampf in der Hand. In der rechten. Uiuiui. Sorry. Vom Gas geben da. Mit dem Stick. Da kann man diese zusätzliche Zeit nicht löschen. Eieieieieieiei. Schaut, dass man das nicht ausschalten kann. Diese Strafzeiten. Auf einen niedrigeren Schwierigkeitsgrad zum Beispiel. Und Achtung. Links 5. Öffnet sich. Über Bodenwelle. In rechts 3. Lang. Über Kuppe. Beengt sich. Nicht schneiden. In links 5. Und geschafft. Hat mir sehr gut gefallen in dieser Etappe. Muss ich sagen. Australien gefällt mir. Hierzu war Abschluss. Ja. 6. Hätten wir können schaffen. Laffula. Aber gut. Ein Fehler drin. Die anderen haben wir schon auch gemacht. Oder mehr. Chris Mack hier. 1,44. Der hat sich auch ein paar Fehler drin gehabt. Perfekt. Dann reparieren wir mal hier. SWP. Oh, die wird sicher interessant. WP3. WP4. Schauen wir mal. Dann könnten es noch zwei Parts werden. Bis zum Schluss. Ich dachte schon, es ist der letzte. Sorry. Habe ich euch am Anfang ein bisschen in die Irre geführt. Aber Wales war mal die letzte Station. Was ich weiß. Ob es jetzt voriges Jahr war, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, es war voriges Jahr sogar auch die letzte. Und diesmal haben wir noch, zumindest hier, beim Selberzusammenstellen, haben wir hinten Australien noch dazugegeben. Ja, ich bedanke mich für jeden Fall fürs Zuschauen. Das war's. Es werden doch noch zwei Parts jetzt kommen mit den Yaris. Und dann werden wir schauen, was wir, wie wir, ob wir weiterfahren. Vielleicht auch die Karriere zum Spaß ein bisschen weiter. Könnte man durchaus vorstellen. Also, ich habe jetzt vielleicht irgendwelche andere Ideen noch. Weiß ich, mit dem Ford. So eine schnelle Meisterschaft. Oder mit dem Mini. Whatever. Aber jetzt fahren wir mal die letzten zwei Parts noch. Höchstwahrscheinlich die letzten zwei. Mal schauen, wie lang die Strecken hier noch sind. Planen wir jetzt vielleicht, ja, die SWP Tag 2 jetzt hinein. Den Part und den letzten Tag noch reinpacken. Aber schauen wir mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war's. Und wir sehen uns natürlich in Kürze wieder. Zu den letzten zwei Parts. Bis dann. Ciao, ciao.